Hallo? Hallo, Hallo, Hallo! Hallo, Hallo! Mein Baby-Sitter! Meine Eltern sind heute mal aus und ich kümmere mich um dich. Wie magst du denn? Der Lieblings-Dino? Ist das dein Lieblings-Dino hier? Warte. Wir müssen dir jetzt die Witteln wechseln, weil ich glaube, die sind nicht mehr allzu frisch. Mhm. Ja. Ja, gut. Okay, ich würde sagen, wir öffnen das Ganze mal. Ui. Uff. Uiuiui. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. So, was haben wir denn hier? Das ist... Ups! Das ist schon eine Menge. Okay. Ich würde sagen, wir machen das jetzt in der Hand. So, dass die Früchte hier raus sind. So. So, ganz vorsichtig. Ja. Oh je, oh je. Okay, ja, das ist auch nicht so angenehm. Wir sind gleich durch. Okay, noch ein Tuch. Guck, guck. Okay. So, noch ein Tuch. Hoppala. So. Gleich haben wir es, gleich haben wir es, ja. Okay. Ui. Okay. Wir machen das Ganze mal. Das kommt jetzt in den Müll. Dann hol bitte schon mal eine neue. Okay. So. Ja. Guck mal. Guck mal, da ist ein Vogel. Guck, guck mal. Guck mal. Ja. So. Kuhpüchen hoch. Ja. Ja. Kuhpüchen hoch. Sehr gut. Jetzt kriegen wir dich erst mal ein. Kuhpüchen hoch. Guck mal, da ist eine Endprinzessin. Magst du, wenn ich das mache? Das ist lustig, ne? Okay. Okay. Genug gespielt. Ja, alles gut. Jetzt müssen wir ein bisschen Babycreme auftragen. Weil du bist ganz schön wund. So. Okay. Ich mach nie. Mhm. Mhm. Ich denke, das ist genug. Und dann. Als nächstes machen wir ein bisschen Babypuder drauf, würde ich sagen. Ja, da kommen auf jeden Fall wieder Puder. Du weißt, wenn ich das mache, ne? Das ist voll lustig. Okay, hier kommt das Puder. Hier kommt das Puder. Okay, wir müssen das nicht richtig machen hier. Ui, ui, ui. Alter. Pass jetzt was im Gesichtchen, Alter. Sehr gut. Gut. Dann machen wir das Ganze jetzt mal zu. So. 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 Schön zumachen. So. Guck mal, so einfach ging das. Ich hab noch was für dich. Das magst du, ne? Das glitzert so schön. Warte. Das Ding. Das bisschen magst du bestimmt auch. Guck mal, wie das glitzert. Das magst du, ne? Guck. 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 Ein Tino geht auf Reis. Ein Tino geht auf Reis. Und... Möchtest du fragen, ne? Gib dir mal... Gib das mal so wie deine niedrigste Linie. Das glaub ich sicher ran. Guck. So, dann sind wir durch. Sind wir durch. Sind wir durch. Das geht mal so ganz wie ich beide downsidewealthspiel. Guck mal so heiß. Tö asi. Untertitelung des ZDF, 2020